Ja, ich hobel. Gerne Holz. So. Ich will mal nur kurz gerade noch gucken, dass wir Level 30 voll kriegen. Voll kriegen. Ne? Damit wir uns dann was Schönes enchanten können, wenn wir wieder daheim sind. Das wäre doch toll. Dann hole ich da hinten noch gerade schnell die Kohle und hier holen wir noch die Rohstoffe. Und dann können wir mal gucken, dass wir uns hier mal ein bisschen nach oben graben. Weil ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwo nach oben geht. Und ich habe auch schon die perfekte Bauidee für, wenn wir gleich zurückkommen. Da hatte ich ja schon mal was angekündigt gehabt. Und das wird dann wohl auch geschehen. Dort hinten ist noch ein bisschen Eisen. Und hier unten holen wir uns noch schon. Aua, die Kohle. Zack. Nein, einmal zu kurz. Ne, doch, geht. Okay. Ich will schon sagen, einmal zu kurz. Keine Hände, keine Kekse. So. Da kommen wir nicht dran. Aber hier kommen wir noch dran, oder? Yo. Ich glaube, wenn wir auf den Steinen vor uns hüpfen, müssten wir sogar noch an den Rest drankommen. Ja, geil. Das ist jetzt vielleicht gerade nicht allzu spannend. Ich weiß auch nicht, warum hier gar keine Mobs rumlatschen. Aber das macht ja überhaupt nichts, ne? So, da noch. Und da kommen wir auch noch dran. Komm. Ne, kommen wir nicht mehr dran. Nein, ist egal. Kohle mit. Dann sind wir fast Level 29. Das ist doch super. Da schlachten wir einfach noch ein paar Slimes und sowas, ein paar Mobs. Und dann haben wir das auch. Dann passt's ja. So, Level 29. Super. Ich würde aber fast schon überlegen, ob man vielleicht nicht wartet, bis ich diesen Beta-Enchantment-Mod draufgeschmissen hab. Jetzt hab ich vorhin Timber-Mod draufgeschmissen, die Minimap, den Mod-Loader. Aber hab die Dingens voll verpeilt hier, diesen Beta-Enchantment-Mod. Das kotzt natürlich ein bisschen. Aber das machen wir dann einfach in der nächsten Aufnahme. So, da müssen wir jetzt nicht unbedingt weiter. Ich würde aber gerne noch darüber irgendwie. Ich habe den Bedürfnis da drüben mal einen Besuch abzustatten. Der sieht sehr interessant aus. Und vielleicht wachten ja noch ein paar Rohstoffe auf uns. Wer weiß. Okay, das Geschöpf, das über uns am Watscheln ist, wird auf jeden Fall unruhig. Kommt da hoch. Komm endlich. Komm endlich hoch. So. Aber wie viel Eisen haben wir denn jetzt eigentlich? 64 und 11. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Nein. Verdammt. Alter. Das hört sich voll ekelhaft an. Das hört sich an, als wenn ich mit der Kacke spielen würde, die im Klo liegt. So, wenn das jetzt eine sehr genaue Beschreibung meiner Hobbys war. Aber... Boah. Alter. Ekelhaft. So, hier oben ist eklatanter Wassereinbruch. Das heißt, da geht es auf jeden Fall raus. Super. Ich freue mich. Und wir leben noch. Betonung liegt auf noch. Wie viel Slimes sind das da über uns? Das gibt es doch gar nicht. Heftig. Ach, der ist gerade am Abkratzen da oben. Deshalb. Dann schwimmen wir doch schnell mal nach oben, damit wir die Slimes mitnehmen können. Oder wie sehe ich das? Völlig richtig, Tobi. Völlig richtig. Nein. Na komm. Ach, guck mal, wen wir da haben. Aua. Du Penner. Hey, deine Kumpels liegen hier. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Scheiße. Okay, mal kurz an Land schwimmen. Und es wird dunkel. Ach, du liebe Zeit. Schmeißen wir da mal schnell weg hier. Fünf Kohle. Pass auf, da machen wir Fackeln draus. So. Okay. Noch mal runtertauchen. Und dann nehmen wir mal die Slimes hier mit. Passt ja super. Passt ja super. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's zurück? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, weil, äh, die Waypoints oben sind ja nicht mehr gesetzt. Die sind ja automatisch quasi dann gelöscht worden, als die neue Minecraft-Version rauskam. Ich muss mal kurz gucken. Haben wir denn, äh, die Helligkeit? Ja, das ist okay. Den hauen wir auch noch schnell hier. Kommt's, Klump. Ne? Schleims haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Okay, hier will ich nicht rein. Hier schwuppt es aber immer noch irgendwo. Aber ist egal. Ich möchte nach Hause. Weil wir haben Diamanten am Start und das ist nicht lustig. Aber da hinten ist Licht. Ich glaube, da kommen wir nach Hause, oder? Oder, oder, oder? Nein, das ist das Lavabecken. Shit. Dann müsst's aber eigentlich... Oh. Hallo. Au. Ey, ihr Penner, was wollt ihr eigentlich ab? Okay. Wir rennen. Ich wollte eigentlich auf die... Auf die Slimes losgehen, aber das ist... wohl vielleicht keine so gute Idee. Weil, warte mal, unter Wasser machen einem doch die Creeper gar nichts, ne? Pass mal auf. Tschüss. Tschüss. Ähm. So. Alter. Slime Attack. Tot. Tot. Penner. Tot. Ach ja, ne, die Kleinen kommen ja noch. Stimmt. Okay, ich muss hoch, weil sonst bin ich tot. Der soll uns erstmal egal sein. Alter, was hier abgeht. Das ist ja übel. Einfach drauf. Und jetzt geh ich. Oh, oh, ne Spinne. Oh, ne Penisspinne. Komm her. Bam. So. So. Hier unten warten wir noch Erfahrungspunkte auf uns. Die möchte ich natürlich gerne haben. So, wir sind Level 30. Jupp, hi-di. Und trau-la-la. So, nochmal kurz hoch und dann nochmal kurz runter. Sorry, wenn das hier echt gerade ein bisschen ausartet, aber ich finde das total krass gerade. So, da gehen wir jetzt aber gleich nochmal runter. Das war jetzt. Ich möchte auch eigentlich nur die Zeit überbrücken, bis es wieder Tag wird, weil ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus in der Gegend, wo wir gerade sind. Obwohl das eigentlich unsere Spawn-Region ist, aber naja, ihr kennt das ja bestimmt. So. Jetzt nochmal kurz hier draufstellen auf die wunderschöne Seerose. Wie viele Slimes haben wir denn? 46 Schleimbälle. Alter Schawutzki. So, lass uns mal kurz, wie mache ich denn die Map nochmal groß an hier? Toggle Enable. Set Waypoint. Zoom in. Zoom out. Large Map. X mit X geht das. So. Wir müssten theoretisch gesehen in diese Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Weil da wird es wieder grüner. Mal schauen, ob es so ist. Wir versuchen auf dem Wasser ein wenig zu verweilen, denn an Land herrscht die Untothight. Und das schon wieder ein Slime. Guck mal. Was auch sonst. Hey, du stirbst doch schon, auf dich zu wehren. Das ist noch ein bisschen buggy, weil irgendwie Treffis hat Misty gar nicht. Aber eigentlich ja schon, ne? So, la, 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 la. Das ist zu krass, echt. Da kommt man ja echt super schnell an Slime-Bälle. An Slime-Bälle? Ich meine natürlich an Schleim-Bälle. Das ist aber auch okay, finde ich. Cool. Eisen einfach so hier. Das ist aber meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung. Denn vorher ist man halt echt gar nicht an Schleim-Bälle gekommen. Und da ist ja dann auch wieder nichts, ne? So. Die Untoten. Lasst mich. So, ich hoffe mal, ich renne jetzt in die richtige Richtung. Alles andere wäre sehr unvorteilhaft. Und ich glaube, rechts von mir war ein Creeper oder so, ne? Nicht? Okay, dann nicht. So, schwupps. Ist das hier da hinten vielleicht? Alter, jetzt finde ich hier wieder nicht zurück, oder wat? Oder what? Gehen wir doch mal nach da, glaube ich. Das ist doch zum Kotzen. Wir sind jetzt schon so lange hier auf dieser Karte, ne? Aber trotzdem schaffe ich es immer wieder, mich nicht zurechtzufinden. Hammermäßig. Und das mit geschlagenen elf Diamanten in der Hose. Naja. Vielleicht packen wir es ja. Da hinten ist aber, glaube ich, sogar eine Schneelandschaft, ne? Ich glaube, das ist nicht richtig. Scheiße. Ich habe auch keinen Kompass mit, oder? Ne, Kompass ist nicht anbei, aber wir haben Redstone mitgenommen, zum Glück. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall schon mal zurück zu unserem Spawn kommen. Der ja gleichzeitig nicht unser Bett ist. Muss man ja auch mal dazu sagen. So. Ach, ist das eine schöne Gegend hier? Da hinten ist ein Dschungelbiom. Aber das ist nicht unser Zuhause. Au. Keinesfalls. Alter Schwede. Scheiße. Okay, wir rennen einfach. Komm. Moin. Wow. Finde ich jetzt aber nicht so toll, du. Komm mal. Ich würde fast schon sagen, unfreundlich. So, da hinten ist, glaube ich, der Berg, der zu unserem Dschungelbiom führt, oder? Ist das der nicht da hinten? Ich glaube schon, oder? 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 Ist es der? Ist es der? Ich weiß es nicht. Bist du sicher? Bist du wirklich sicher? Ja, doch, ich glaube, das ist der, ne? Hier hinten müsste eigentlich irgendwo unser Dschungel kommen. Unser Dschungel. Ah, und ein Creeper war ja auch klar. Na, komm ins Wasser, Creeper, Mann. Ah, und du bist tot. Was? Jetzt aber. Son of a bitch. Das kannst du doch nicht sagen. Der arme Creeper, der hat auch Gefühle. Hat er nicht. So, ich bete ja immer noch gerade, dass da oben gleich irgendwo unsere Dschungelresidenz auftaucht. Aber ich glaube, das müsste hier sein. Ja, da hinten ist sie. Ich habe sie gesehen. Super. Müssen wir nur beim Tagesanbruch dann morgen früh zurücklaufen. Aber hier können wir jetzt wenigstens mal eine Runde pennen. Das ist doch schon mal was. Da müssen wir übrigens auch noch weiterbauen an dem Ding. Wir haben noch so viel vor. Ich habe so viele Ideen. Hätte ich ja niemals gedacht, dass ich... Ach, schöner Mond übrigens da oben. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich mal so viele Ideen für ein Minecraft-LP habe. Hallo? Hallo? Doch, da hinten. Ich wollte schon heulen gerade. So. Dort hinten soll es geschehen. Und dann gehen wir mal jetzt gleich eine Runde pennen. Und dann würde ich mal sagen... Hau ich gleich mal... Also ich mache gleich eine kurze Aufnahmeunterbrechung und versuche mal... ...den Better Enchantment Mod drauf zu hauen. ...dass wir uns was Schmuckes aus Diamante... ...aus Diamante machen können. Ich glaube, das mache ich dann gleich mal. Wenn wir da oben endlich mal sind... ...da brauchen wir echt dringend mal einen gescheiten Aufweg. Ich glaube aber das hier ist er, ne? Ja, das ist der Aufweg. Dann mache ich gleich eine kleine Aufnahmepause. Gucken wir mal nach dem Better Enchantment Mod, wie man den installiert, was man dafür braucht. Und dann machen wir uns eine schmucke Spitzhacke zurecht. Ich glaube, das ist doch eine gute... ...Idee. Hä? Fuck! Falscher Baum. So, hier. Aua. Jetzt aber. Hier hoch. Und... Woops. Okay. Puh. Jetzt ist es auch gleich hell, aber ich würde trotzdem ganz gerne pennen gehen, weil... ...wegen Punkt und so hier, ne? Wegen... Nein. Wegen... Spawn Point. Also schnell pennen und bis gleich, ne? Nein! Verdammt. Wir machen trotzdem eine kurze Aufnahmepause, ne? Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe mir das mit dem Dingens mal ein bisschen genauer angeschaut, also mit diesem Better Enchantment. Gerade eben und habe da ein bisschen an der Minecraft-Dingens rumgefummelt, aber ich sage mal ganz ehrlich, ich muss mich da besser reinarbeiten. Und ich möchte ganz gerne jetzt erstmal ein bisschen Content kreieren, um dass ich einfach die Zeit habe. Mich da reinzuarbeiten. Nicht, dass dann wieder fünf Wochen gar keine Folgen kommen. Das wäre dann auch wieder scheiße, ne? Wir sind ja das letzte Mal hier in das Häuschen zurückgegangen, also in das Dschungelhäuschen. Jetzt würde ich mal sagen, wir packen einfach mal so ein bisschen Kram, den wir hier nicht brauchen, einfach mal mit ein. Was haltet er denn von der Idee? Okay, wir haben aber gar nicht so viel Platz, als dass wir da irgendwas groß was einpacken können. Das Buch nehmen wir auf jeden Fall gerade mal mit. Kann man denn dieses Buch auch schon jetzt hier so und so? Ne, das geht noch nicht mit dem Buch. Okay, das sind noch alte Bücher. Goldnacket lassen wir auch mal hier. Eisen kann man mitnehmen. Goldstaub lassen wir auch hier. Die Bretter können wir hier lassen. Aber Tropenholz hätte ich dann doch schon ganz gerne ein bisschen was dabei. Dafür lassen wir einfach mal Kohle hier. Ne, wir lassen den Crafting Table hier. So. Die Eimer, die kann man auch hier lassen. Die brauchen wir ja nicht drüben. Können wir uns ja zur Not welche craften. So. Dann zwiebeln wir jetzt mal zurück. Schlafen konnten wir ja leider nicht. Aber wir ballern jetzt mal zurück zu unserem Häuschen endlich. Jippie. Hier runter. Und ich habe auch wieder Musik an, denn ich bin ja jetzt aus der Hölle draußen. So. Jetzt geht's heimwärts mit elf Diamanten. Ah, ich bin so stolz auf uns. Elf fucking Diamanten. Aber warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Das mache ich mal gerade noch schnell hier so hin und... Ups, ups. Zack. Und zwar... Nein, das war falsch. P war's. Äh, Dschungel. Residenz. Und die machen wir grün, ne? Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch. Weil Dschungel und so. So. Super. Ich glaube, hier wird dann auch der Punkt angezeigt, ne? Genau, das wollte ich ja nämlich nicht. Äh, woher...